Du bist der Schlüssel, denn die Zukunft betrifft wirklich jeden. Gebt's nicht auf, das ist keine leere Phrase, denn nur die, die es bis heute noch nicht peilen, tehn die Straße. Es sind meistens leere Sklaven, die nicht keine Seele haben, sondern darauf warten, dass wir die Wahrheit zu denen tragen, weil sie meinen, eben gerade wirklich frei zu leben. Aber wir sind dazu oft gefordert, es zu schreien und denen zu sagen, dass nur wir die Macht haben. Wir einfachen Menschen ohne unser Zutun können schatten, es einfach vergessen, alles zu erreichen, uns zu halten in eisernen Ketten, denn ohne uns können sie den Plan nicht mehr weiterfotzen. Denn die Zeit ist reif, wir haben lang genug geschlafen, wir müssen jetzt endlich aufstehen. Denn die Zeit ist reif, wir haben lang genug gewartet, wir müssen jetzt endlich rausgehen. Denn die Zeit ist reif und reif, verwirrt sie nicht mehr und es liegt an uns und unsere Freiheit, halt noch zu sichern. Ich hab niemals hier gesagt, dass es leicht wird, das ist sicher, aber nun ganz im Ernst, der Versuch ist es wert. Kill es more, ich gebe Gas jeden Tag und kämpfe mit dem Wort. Der Themen war gegen das, was der Gegner macht, gegen Hass. Und für jeden, der das versteht, ich mach jedem das gegen den, der was gegen das freie Leben hat. Ich geh vor und brauch dich, auf meiner Seite lauf dich, an meiner Seite lauf mit und sei du meine Deckung. Denn ich bin deine Viva Spartaner, du musst nur endlich begreifen, dass wir sind, die die Macht haben. Denn sag mir, wer führt Krieg, wenn wir nicht an den Waffen sitzen? Wer wäre infiziert, wenn Erzten nicht Substanzen spritzen? Wer wäscht den Kopf, wenn der New Speaker nichts mehr abliest? Und sagt mir, wen brauchen sie, damit ihr Plan siegt? Das sind wir, du und ich und er und sie. Weil sie denken, wir wären nur dummes, sickes Herdenvieh. Tun wir es, dann merken sie, das Spiel ist vorbei. Wir sind dabei, auf das ihr euer Endziel nicht erreicht. Denn die Zeit ist reif. Wir haben lang genug geschlafen. Wir müssen jetzt endlich aufstehen. Denn die Zeit ist reif. Wir haben lang genug gewartet. Wir müssen jetzt endlich rausgehen in die Zeit. Ja, meine Damen und Herren, das war eine kleine Vision. Hälften mit, um TruthRap zum Newcomer 2011 zu machen. Das war Kinesmau. Peace.